Morgen Schwarze, wir haben heute den letzten Stopp von unserer Schultour. Wir sind jetzt gerade in Dobelbad. Wir haben uns richtig gefreut, dass ihr so zahlreiche mitgemacht habt und euch beworben habt, dass wir euch besuchen. Und ja, gehen wir rein! Guten Morgen! Hallo! War dein erstes Spiel schon am Tag geschossen? Nein, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich ein paar Minuten gespielt habe. Nein, ihr wartet auch Schluss, das war mein erstes Spiel. Nein. Hast du einen Ball gereiht? Zwei. Zwei. Ich finde, der kürzer als der ist. Ich weiß nicht, was besser ist als du. Achtung, nicht zeseln, du fällst um, aufpassen. Ich höre das nicht. Wir haben sehr viel über den SK Sturm gelernt und auch über Fußball und über die Ernährungspyramide. Zwei. Und singen die Papier. Alle, 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 alle. Servus Schwarze. Das war der letzte Standort, wo wir jetzt waren, in Dobelbad in der Full-Geschule, es war einfach überragend. Der Spaß, die Freiheit, das Ganze für die Kinder, das ist einfach unbezahlbar und so holen wir alle in ein Boot und das Wichtigste ist, dass die Kinder einfach Spaß und Freiheit haben. Und ich glaube, das haben wir den Kindern gegeben, die Kinder natürlich uns und auf das sind wir sehr stolz und so soll es weitergehen. Die Kinder sollen eine Freiheit haben und das war's.